Oh, da geht ja direkt los in der Raktur hier. Ja, da braucht man oben gleich. Mit dem Schwerk ums Gesicht. Drauf! Geh ihm! Oh shit, oh shit. Ich seh nix, ich seh nix! Und down! Hey, du, äh... Äh, Captain. Und hier. Hey, noch mehr Cobblestone. Noch mehr Slimes da hinten. Oder irgendwie jucken denen die Slimes gar nicht. Wir sind so weit weg, wir sind ja hier wieder hin. Wir sind ja hier wieder hin. Ich seh ihn einfach. Okay. Dann lassen wir die Lava einfach auf. Die Lava juckt von unten. Ich mein von unten, aber wir sind ja hinten in der Sonne. Ich meine nicht. Hat jemand vielleicht Wasser einmal? Nein. Ich hab mir den echt Stärke vorgestellt. Ich hab mir den echt Stärke vorgestellt. Also zu dritt ist das easy. Ich mach mir jetzt einen Stärke dran in die andere Hand. Hau ich mir die Stärke rein und dann den Baden. Also zu dritt ist echt einfach. Ich mein wir haben drei Stärke ziemlich drögen und alleine der Bogen ist ja schon richtig krass. Und dann noch zu dritt mit nem Schwert drauf, ist vorbei. Okay mach mal noch einen. Ja warte warte ich mach noch das kleine. Wie süß die Kleinen sind. Ich mach die. Ja die sind total süß. Ach komm Black wir machen die hier Solo. Ich bin runtergefallen. Nein. Spitzhacke. Spitzhacke. Nein ich bin runtergefallen. Was habt ihr gemacht? Ist egal. Ist ja alles. Hallo? Zuhause? Ich bin wieder da. Wo sind wir reingefallen? Oh das Loch. Das Loch ist mir gefallen. Gleich ins Loch. Ja mach mal da oben die Steine kaputt noch zurück. Ey der pult sich doch bis gar zu oben hoch. Ne der pult sich nicht mehr. Oh ey lauf mal noch weg. Oh no. Good down. Uhhh. Uhhh. Ne ich hab's bekommen. Willst du erstmal wieder essen? Machen wir erstmal Gemeinschaftsschaden. Alter ich hab Ausdörung 2 sogar bekommen. Ich glaube. Ist das jetzt mittlerweile anders. Weil damals hat Ausdörung 2 dir mehr Schaden gemacht. Obwohl du Rüstung anhat. Ich glaub die Rüstung kompensiert das jetzt irgendwie. Keine Ahnung. Früher war der glaub... War der echt... Die Lava Jonschon ist er ey. Äh. Der Lava Keller. Das ist der Wiser Keller. Ja ja. Sieht doch... Sieht doch mal aus. Machen wir den. Wie kannst du noch? Wir können noch... 16 Stück machen. Ja mach ma. Mach ma. Ja. Wenn wir alles 16 Stück machen, sind wir echt krass. Hör. Ey dann kann man uns Gottbuch 5 Wiser-Ding nun machen. Okay warte dann mach denn. Mach d하면... Tödödödödödödödödödödöddö, da drauf. Auch? Auf das ohne Ding? Muss da gut dran kommen? Ja, geht schon. Schnell da weg gehts gar nicht. Ja, aber juckt den ja nicht. Genau, Blackout hinter mir noch, stellst du. Ich bleib weg. Achtung, da kommt ein random. Hallo, jemand zu Hause. Hallo, wir sind wieder. Naja, nach Spielen. Da haben wir schon die erste Lenkung. Und draußen in der Station. Wir springen dabei, springen! Mit Glück ist kein PvP an, sonst würden wir uns hier gegenseitig kaputt schlagen. Und down. Down. Jawoll. Ich hab's. Jawoll. Kevin, gib mir mal deine, deine, deine Stars. Wieso krieg ich die eigentlich nicht? Frag ich mich auch, weil... Ja, du bekommst sie nachher. Ich block's, mach dir zusammen zum Bissabblock. Äh, äh, Meter. Ich hab's noch. Mach mal. Wir haben eh unsere krassen Dränke. Ja, ich weiß nicht. Doch, 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 doch. Ist das sicher? Zuschauer brauchen Action. Action. Aktion. Aber... Warte mal, geht das so überhaupt? Warte mal, geht das so überhaupt? Stimmt schon. Oh, oh, oh! Noch einen! Nein! Schnell! Alter! Weg, 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 weg! Wir sind am Arsch. Wir sind so am Arsch. Alter, zweimal bist du damit. Scheiße, Alter. Leute, drauf! Ich hör nix. Der andere greift uns gar nicht an, weil wir den noch nicht angegriffen haben. Der baut sich hier oben alles. Hä? Was ist denn? Drei, zwei, drei, zwei, drei, drei. Und drauf und drauf. Und drauf. Zweites, salten. Ich weiß gar nicht warum Marcel weg ist, es tut mir leid, ich kann mir jetzt gar nichts Wie viele Sterne hast du? ich hab sie ich hab sie 8 am Stück haben wir schon gemacht ja ja ähm ja in der Konsole steht gerade jede Menge Scheißdreck ist Marcel noch in Discord Black nope ja dann ist wahrscheinlich bei ihm gerade das Internet weg ne das ist voll komisch hier ohne Musik ey aber die kommen da natürlich nachträglich rein ich nehm hier mal den ganzen Cobblestone auf ich mein wenn der Wieser schon so freundlich ist und den für uns abbaut ne aber ist schon krass ich hätt's echt nicht gedacht dass er so easy ist hätte mir den echt viel schwerer vorgestellt beziehungsweise der war ja irgendwie früher viel stärker ja wir sind zu dritt zu zweit schaffen wir dann auch easy hast ja gesehen naja das war irgendwie so klar wir machen zwei Wieser gleichzeitig und dann fliegt Marcel raus und wir stehen zu zweit nur noch da ja aber die Stärketränke die machen echt ordentlich die hauen schon ordentlich rein und draußen fährt gerade irgendwie was weiß ich Panzer oder sonst irgendwas wie da vorbeigehen Panzer das hört sich halt echt so an jetzt können wir noch 13 Stück machen Wollen wir auf Marcel warten oder wollen wir weiter warten wir hatten wie viel hatten wir 21 du hast 8 ich hab jetzt insgesamt 8 13 das sind es 13 7 8 ok gut dann haben wir keinen verpasst dann haben wir keinen verpasst ach jetzt ist Marcel wieder da ah jetzt ist er wieder da was passiert Marcel man hört ihn nicht man hört ihn noch nicht man hört ihn noch nicht ich seh halt den Scott nicht weil ich bin im Vollbildmodus und ja 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 jetzt hören wir dich ich bin jetzt auf dem Handy weil mein Internet ist weg hörst du ihn Kevin ja aber halt nur ich bin jetzt komplett weg ich hab den zwei Wisser gemacht und dann war ich komischerweise weg also komplett alles tot ja wir haben wir haben das ist das ich hab doch gesagt Black wir dürfen kein zwei Wisser machen jetzt haben wir Marcel's Internet zerstört ja das komplette Internet ist ne komplett bei allen PC alles komplett alles aus ich hab kein WLAN hä wie geht das kein weg es ist ein Fehler irgendwie von links zu liegen komisch hm Fritzbox aus hm Fritzbox aus ja oder halt dein Router ich mein wenn dein WLAN auch weg ist dann ist ja der Router aus ja wenn du sagst dein WLAN ist weg was hat das mit meinem Router zu tun ja wenn dein WLAN weg ist was ist der Router aus mein Internet ist weg nicht mein Router nicht mein WLAN mein Internet ist weg wie so Gott gesagt WLAN alles ist weg ja weil ich jetzt kann auch kein ja ist gut ne hab mir jetzt gedacht das ist dann nur diese halt mein mein Switch da irgendwas ne das ist alles ja ist ja ok ne nicht immer gleich alles so ernst das soll man ohne dich weitermachen ja wohl nicht komm ich hab kein Internet ich kann nichts machen ich hab nur auf dem Handy das wir können ja auch die Aufnahme unterbrechen und äh ich weiß ja weil ich wie der Internet haben ja gut dann machen wir hier den nächsten wir so direkt ja mach er weiter also man hört jetzt mit Marcel grad in schlechterkeit ja das kann ja nicht besser ja ich weiß ist ja ok ich sag doch gar nichts ich sag doch gar nichts ich meine ja ich meine nur das ist ja ja die Qualität wie der hoch geht geh ich jetzt wieder raus und wir können ja noch ein bisschen genau wir machen da noch ein paar Wizzards und dann gucken wir mal ja ich guck mal was ich mit dem Internet mach vielleicht komm ich ja noch ja versuch mal dein bestes ja also dann bis gleich bis später oder bis gleich tschau komm Kevin ja warte ich lauf hier schon ich lauf ah es macht ein Chipperer ich hör nichts ich hab Schaden gekriegt oh shit oh shit oh shit oh shit ich glaub ich das hat eben mal mitten rein im Schiff Gajum ja ja hoch b trend ich frag guck mal der remember muss jetzt lauf ja warte warte jetzt ich hab gar mal prést na ja Immer wieder faszinierend, ich krieg echt kaum Schaden, meine Rüstung kriegt auch kaum Schaden, weil die sich immer durch die EP am Schluss repariert. Ich hatte jetzt nur noch mehr 3 Herzen. Aber das ist auf dich gegangen deswegen. Ja, das war echt was. Wie gesagt, wir haben Regenerationsräte, Direktheilung, wir haben noch alles in der Was ist da? Trank der Heilung hab ich grad in der Hand. Ne? Regenerations, ich glaub den drücken wir mal in die Hand rein. Kannst du den in die andere Hand nehmen und dann direkt. Na ich gönn dir noch. Ich baue die Wurde hier schon besser. Toll, jetzt hab ich ja. Jetzt hab ich den scheiß Trank gesoffen, weil ich ihn Upser gucken wollte. Wenn du willst, können wir gleich wieder 2 machen. Ja, ja, bestimmt. Easy peasy. Okay, ja mach das mal. Wie komm ich jetzt hier raus? Hier, hier, hier. Komm. Alter, wie hoch ich geflogen bin. Was ist hier raus? Was ist hier raus? Was ist hier raus? Was? Versteilung? Was ist hier raus? Wie immer bin ich aber auch ganz schön am Marsch. Hör mal auf jetzt mit Anstellschaden. Bevor der wird immer stärker. So, jetzt mal ein Direktheilungstrank, einfach nur weil wir die sowieso haben. Gönn dir. Nicht die Flasche wegschmeißen, die kann man wieder benutzen. Du hast Regeneration, wie es aussieht. Hier können wir noch die Netherstar geben. Warte, warte. Ich brauche wieder deine Fläche hin. So, da ist es. Schauen wir hier unten ein bisschen die Items ein. Nur aus Performancegründen, nicht dass Minecraft da auch noch seine Probleme hat. Hast du noch den Netherstar? Oder hast du den Hulk oben hingeworfen? Ne, ich hab den noch. Ich brauche dir irgendwie noch die Mauer hin, einen Weg hast du ja gesehen. Aber auch irgendwie komisch, dass man selbst den Internet einfach so abkommt. Das können wir aber auch. Das war genau bei der Aufnahme oder so. Na ja. Mindestens einmal im Monat bei mir. Obwohl in der letzten Zeit war es eigentlich kaum. Da ist einfach mal das Internet weg. Das Internet läuft, alles wunderbar. Und dann auf einmal zack ist einfach Internet weg. Also, der Router sagt, der kann keine DL-Verbindung herstellen. Achtung, Achtung, ist Shepard. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal da oben. Alter, mach einfach glück! Alter, mach einfach glück! Ey, du Scheiße! Kevin tönt ihn! Ich bin down! Scheiße, Alter! Alter! Ey, das war jetzt echt happy! Ich hab nur noch zwei Herzen! Was ist denn das wieder da? Ich wollte den Goldabflug essen! Oh mein Gott! Der wird immer stärker, der Typ! Ja, weil der immer auf dich geht! Ich hab gar keinen Schaden bekommen! So gut wie nix! Aus irgendeinem Grund geht er immer auf dich! Ich weiß auch nicht warum! Wie der zuerst angreift! Oh, das bin ja immer ich! Was macht denn jetzt halt? Besser getötet! Besser getötet! Ich weiß auch, ich hab' gefragt wie viele! Achso, wir, äh... 2, glaub' ich! 3! 3, glaub' ich! Die 2 plus jetzt sind 1! 10, 10, 10 Stück kann man noch machen! Black, wieviel hast du? Wieviel Sterne? 9! Okay, ich hab' 2! 9, 10, 11! Passt! Kann man keinen verloren! Ich hüpfe grad' irgendwie... komisch durch die Gegend! Ich weiß! So, dann, ähm... Mach mal 2 jetzt wieder! Die sind ja nicht wieder raus! Nee! Nicht, dass die sind wieder raus! Nix! Lieber nicht, ne? Nee! Der war wieder runter kaputt! Keine Ahnung, ich hab' den neu gestanden! Dann ging wieder alles! Jetzt hab' ich den Regeneration... Wieso seuften der die Tränke, wenn ich in den Rucksack guck? Das doch... Ich versteh' das ehrlich gesagt gar nicht! Aber gut, dann, äh, ist halt so! Ich mach' hier wieder Stärke rein! Also, wenn wir Stärke drin haben, dann können wir uns schon 2 Wiser machen, ja? Ja, ja, mach 2 Wiser! Ich hab' auch Stärke drin getragen! Ich frage jetzt nur, wie machen wir das jetzt hier? Nein! Diesmal greife ich nicht das erste an! Die funktioniert so nicht! Oh, jetzt aufpassen, dass X... Nicht in Lava fallen! Nicht in die Lava fallen! Ja, die funktionieren so nicht, ne? Ja, aber da kommen ja auch! Ja, irgendwie hat er das ja gerade nicht gemacht! Ja, mach du irgendwie gerade nicht! Warte mal, ich brauch' dir hier waschen! Jetzt hast du genug Platz! Lass' dich stehen! Was machst du denn? Wo? X mach' ich, was mach' ich? Ja, jetzt kannst du mich fragen, was machst du denn? Ich hab' ja gerade... Was machst du denn jetzt schon wieder? Was mach' ich denn? Ich hab' da einfach nur eins abbauen müssen, zwei abbauen müssen oder einfach verschieben? Ja, ist doch egal! Einen da, einen da! Ob ich das jetzt so mach' oder so, ist doch wohl das Ergebnis dasselbe! Ich schalte früher, wenn du noch wegkommst! Ich komm' ja noch weg! Ja, ich komm' ja noch weg! Ich komm' ja noch wegkommst! Ich komm' ja noch wegkommst!